ARD Text im Auftrag von Funk 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 okay dann würde ich das mal so lassen ich würde die base generell so lassen ich finde eigentlich ganz gut also deine mutter ist gay ich nenne dich jetzt einfach mal mutter also mutter deine base ist schon mal ganz gut gibt es von mir jetzt eigentlich so nichts auszusetzen ja gut man kommt ihr zwar nicht so man kommt zwar leichter hier an deine lager dran aber ich meine gut es ist halt immer so eine sache ich weiß nicht so genau ist immer so eine sache mit den mit der anordnung dass das problem weiß ich bin da auch immer am tüfteln wie das wie ich die gebäude am besten verschieben soll damit das mit sinn macht davon dann geht es eigentlich davon kommt da kommt darauf an würde ich mal sagen deswegen ich würde ich würde das mal so lassen ganz ehrlich macht immer kein kopf wir gehen mal weiter und gucken mal wenn hat man den zieler den hat man gerade auch jeden tag 16 uhr mit dem lieben kollegen matthias doch jetzt muss ich mal eben schon so hier doch jemand echt mal echt mal gut geschrieben wie er heißt wie der klan hat sie für pokale der klan hat so jetzt ist es gibt mir ganz viel rb leipzig wahrscheinlich nach dem fußballverein benannt so ungefähr 45 mitglieder und ungefähr 16.500 pokale das kann nämlich nur dieser hier sein und er ist silber 1 level 49 und heißt juli das heißt ich kann sofort schon mal heruntergehen zack habe ich ihn so ist so muss das aussehen von der bewerbung so muss das aussehen zack fertig bumms dann haben wir ihn sofort also juli du bist ein super beispiel dafür wie man sich da bewirbt die base gefällt mir sehr gut und zwar weil die mauren schon hoch sind für deine rados level gibt mit nix euch zu setzen auf jeden fall muss man sagen muss man sagen sieht gut aus was haben wir noch ja anordnung ich finde das immer so schwer ich kenne mich doch nicht mehr aus bei rados level 6 und so ich weiß ich also bei mir meine meine expertise wenn ich das überhaupt so nennen darf fängt überhaupt erst bei rados level 8 an wo ich überhaupt sage habe ich einigermaßen ahnung so bei rados 8 und 9 sagen wir mal aber ich kann jetzt hier nur ungefähr sagen dass ich das generell eigentlich ist es symmetrisch die mauren sind hoch die gebäude scheinen ja auch auf dem maximum zu sein wie sie gehen vor allem die sammler sind schon schön hoch auf level 10 also finde ich eigentlich wäre es ja auch unfair jetzt hier irgendwas auszusetzen dann an deiner base würde ich auch gar nicht machen würde ich gar nicht machen ich finde die base so wie sie ist finde ich die gut und deswegen können wir auch sofort eigentlich weitergehen das war auf jeden fall der juli von rgb leipzig von rasenball sport nicht von red bull das dürfen die ja nicht benutzen das dürfen ja nicht benutzen die der neue zweitligist aus leipzig ja kann man zu stehen wie man will ich bin jetzt eigentlich nicht so der fan von was da red bull immer so veranstaltet aber nun gut ich musste da mal in der uni musste ich mal mit matthias so eine präsentation halten über red bull und naja da kommt schon einiges ans licht es gibt nur einen clan nein lieber doch jedoch bist du es gibt nicht nur einen clan mein kollege und der heißt king sel king sel ist er hier habt spaß ich bin ja ich bin der klang king ich bin der klang ich bin der klang ich bin der klang bist mut so nennt man matthias ja auch warte mal warte mal warte mal warte mal ich hab ein sms gekriegt dieser markus übrigens markus bei uns aus dem klaren gibt es auch und wenn ihr mal einen sehen wollt der wirklich alles alles nur erfarmt hat ohne anzugreifen dann geht man bei uns in den klaren und sucht man nach markus ganz ehrlich müssen wir müssen wir gleich auch mal drauf gucken die base bedarf auf jeden fall jetzt erstmal hier eines genaueren blickes die ist nicht symmetrisch ist nicht symmetrisch mein freund heißt aber noch nix heißt noch nix ist noch kein qualitätskriterium also auf jeden fall würde ich das tauschen klarenburg und barbarenkönig würde ich definitiv tauschen klarenburg ist viel stärker als der barbarenkönig wenn du da gute truppen drin hast auf jeden fall dann überlegen wir mal weiter schützt ganz gut schützt ganz gut ein bisschen fehl am platz hier außen würde ich sagen ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich bin so verwirrt ich will ich weiß noch was ich tauschen würde erstmal würde ich die beiden sachen hier tauschen barbarenkönig und klarenburg und dann würde ich den barbarenkönig noch klarenburg in die mitte so damit die klar wirklich in der mitte ist und dann würde ich das so lassen da kannst du sogar so lassen ich bin einfach nicht schlimm tauschen einfach den minenwerfer mit der klarenburg erstmal ist nur die frage was mache ich mit der anja warte mal ich bin ich doch überlegen ich bin doch überlegen ich würde dir auch glaub ich raten deinen magiaturm genau tauscht doch den barbarenkönig mit dem magiaturm der barbarenkönig ist nicht so mächtig wie du denkst vor allem auf level 1 lass den ruhig da außen dann hast du dein elixierlager immer noch geschützt hier dein dunkles und dann hast du nämlich den mag dem dem magiaturm hier in der mitte und der deckt alles ab dann deckt alle vier lager ab das ist wirklich perfekt dann deckt der nämlich auch noch die beiden lager ab und der hier auch noch und dann hast du es wirklich perfekt geschützt also wirklich das würde ich dir raten mach das mal und dann ja okay so sieht das also aus finde ich auf jeden fall schon die beste ich mauern auch noch hoch aber dann wenn du es mal so anordnet dann bin ich zufrieden jetzt kommen wir uns mal jetzt endlich mal markus an den den hardcore farmer hier bei uns besuchen ein gutes also was hat er mit dem bauern schon wieder gemacht ach so er hat sein radhaus abgegradet und kam noch nicht dazu das neu zu bauen na ok aber würde ich auf jeden fall sagen wenn ihr mal schauen wollt wie man nur mit also er macht das so er greift nur an wenn er kein schild hat und wenn er ein schild hat greift er nicht an deswegen hat er auch die sammler hier müssen noch ein bisschen hoch aber er hat die minen natürlich alle schon hoch gemacht und so ist das natürlich eine möglichkeit eine möglichkeit das ohne ohne großartige angriffe zu schaffen so nächster ich denke mal wir machen auf jeden fall noch welche du wir hier benötigen du kennst es dein dicke der nächste ist german elite 2.60 meses ah ok muess ich danach schreiben weinen fehler ok german elite这 2.0 der name ist gew vé gew triangles gewых gew知 Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er schon mal nicht. Es gibt ja zum Glück mehrere. Hier ist noch eine Chance. Wir kämpfen Seite an Seite gegen den Rest der Welt. Ja, genau. Solange jetzt hier der Typ drin ist, bin ich schon zufrieden eigentlich. Ah, da ist er. Level 76. Wunderbar. Wunderbar. Ach, so. Es riecht verdächtig nach Rathaus Level 8. Genau. In der Mitte die Clanburg und hier werden wahrscheinlich die Teslas drin hocken. Tipp ich mal. Geschützt. Geschützt. Ja. Ich überlege gerade noch. Die Base sieht so ein bisschen kunterbunt aus. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist sie aber doch durchaus natürlich symmetrisch. Müsste man nur mal überlegen. Vielleicht könntest du die noch tauschen. Hier die beiden. Wobei, nee, tausch auf jeden Fall erstmal den Magier-Turm damit, weil dann hast du doch... Ja, wobei. Ich bin echt am überlegen immer, wie ich's tauschen würde. Ich bin wirklich am überlegen. Ich find die Anordnung hier finde ich auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Luftabwehr geht hier eigentlich auch noch von der Anordnung. Hier hast du halt auch noch was. Aber hier hast du auch nur... Ja, hast du halt die drei Lager abgedeckt. Okay. Wirst du wahrscheinlich irgendwann tauschen, wenn deine Lage hier mal weiter ausgebildet ist. Ich bin am überlegen. Ich bin am überlegen, wie ich das machen würde. Wüsste ich jetzt aber grad auch nicht. Ich weiß, es ist schwer. Schwer, wirklich schwer. Das ist wirklich jetzt gescheit, alles sich auszuklamüsern. Jetzt mal eben ganz schnell. Was ich auch euch mal raten würde, wenn ihr das wirklich mal ganz genau machen wollt. Macht euch einen Screenshot davon. Packt irgendwie in Paint oder in Photoshop rein und zeichnet euch mal hier die Verbindungslinien. Zum Beispiel von den Minenwerfern und von den, am besten eigentlich von den Minenwerfern Luftabwehr und so. Das seht ihr dann schon ganz gut, ob das alles passt und ob auch alles wirklich abgedeckt ist. Auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall die Base von Gruchoi von German Elite 2.0. So. Jetzt muss ich mal eben hier noch ein bisschen darüber scrollen. Angriff, Clan Angriff Blau-Weiß. Schaut mal meine CW-Base an. Die ist OP, das Design. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das jetzt wieder... Hol mal lieber mehr Sterne. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wo seid ihr denn? Clan Krieg, so. Killer Boy, Player Boss da. Spielen. What? Da fehlen ja voll viele Mauer noch. Ja. Oh, der ist aber gerade erst gerade aus Level 9 gekommen. Oder er hat es noch nicht aktualisiert. Das kann natürlich auch sein. Aber gut, wir gucken vielleicht gleich nochmal. Nächster war auf jeden Fall Angriff Blau-Weiß. Ähm, nach Hause. Angriff Blau... Warte mal, hat er das mit? Angriff... Warte mal. An... Ach man. Angriff Punkt Blau Punkt. Hä, was ist denn das für eine Scheiße? Ich... Ich kann überhaupt nicht, äh... Warte mal, ich muss jetzt erstmal hier mal... Ich muss mich jetzt erstmal wieder sortieren hier. Äh, wo war ich denn? 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 Hier. Clan Angriff Blau-Weiß. Komisch. Hey. Ach, meine Fresse. Ich bin immer nur mit dem anderen Fenster noch drin. Dann drücke ich auf Backspace. Dann vertue ich mich da immer noch... Überspringen den jetzt mal. Schau, dann haut sie voll. So. Nächster ist nämlich jetzt Faust to Faden. Bam. So, wie heißt der denn? Der heißt Luan. Da ist er. Level 87. Na, eigentlich mal nochmal ein bisschen höherer hier. Haben wir ein bisschen, ähm... Verschiedene... Ah, okay. Mauern schon ganz gut, muss ich auf jeden Fall sagen. Sieht fast auch maxed aus von der Base. Drei-Ex-Forum von deinen Minenwerfer. Mal Lager abgedeckt, Lager abgedeckt, Lager abgedeckt. Naja, wobei... Die Clanburg gefällt mir da eigentlich nicht, also... Warum steht die denn so weit außen? Vor allem auch noch top gefüllt, ne? Da würde ich auf jeden Fall noch mit irgendwas tauschen. Tauscht die beiden Lager hier aus und tauscht dann noch das Lager vor allem noch dahin oder so. Das Lager hier. Und dann macht die Clanburg auf jeden Fall in die Mitte, würde ich dir raten. Das ist... Da außen finde ich die meisten nicht so gut. Bauer, den Barbarenkönig hat er auch schon auf 10. Das ist natürlich schon bueno. Teslas befinden sich wahrscheinlich außen in den Freiräumen, ne? Ja, ansonsten... Ich weiß auch nicht, was ich zu so einer Base noch großartig sagen soll. Die ist ja schon wirklich Maximum bis auf die beiden Türme und paar Mauern. Aber ansonsten, muss ich sagen, sieht die ja natürlich dann schon sehr pornös aus. Ja, Magier-Türme auf Level 6 machen natürlich auch schon immer ganz schön was her, muss ich sagen. Ja, und deswegen würde ich sagen, lass es mal ruhig so. Also natürlich hier Clanburg in die Mitte. Also die beiden Sachen hier erst tauschen. Und dann noch die beiden Sachen. Also quasi nochmal dann... Nachdem du die Clanburg in die Mitte gepackt hast und das Goldlager dann hier auf dem Platz von der Clanburg steht, tausch am besten noch das Goldlager mit dem hier. Andererseits hast du es dann auch nicht geschützt, ne? Ja, lass es... Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Schwer, 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 schwer. Wobei doch, klar, hast du ja trotzdem noch geschützt. Wobei, die hast du ja so auch noch geschützt, ne? Ja, 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 ja. Schwere Entscheidung auf jeden Fall. Na gut. Und das war Luan von Faust to Farm. Und deswegen würde ich auch sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen. Der, äh, was haben wir heute? Donnerstags, Feiertagsbesuchsfolgen. Und wenn ihr nochmal, wenn ihr auch besucht worden wollt, schreibt in die Kommentare. Wir machen bald nochmal neue Folgen. Und ich hoffe mal, dann kommen auch noch einige mehr von euch dran. Ich bedanke mich ja immer für alle Kommentare, die ihr unter die Videos schreibt. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Macht es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.